Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Overwatch. Wir spielen heute als Reaper und zwar müssen wir wieder so einen scheiß Punkt hier einnehmen und ich habe genau den falschen ausgewählt. Ich wusste nicht mehr, was das in der Map war. Und deswegen, ähm, bin ich hier vielleicht ein bisschen falsch? Oh shit, dann wechsle ich mal direkt. Dann nehmen wir sofort Junk Red, weil der ist hier einfach eigentlich normalerweise OP. Ich weiß auch nicht, wieso man hier Anna gewählt hat. Wir geben das seine, ne? Übrigens tut es mir leicht, wenn ich vielleicht etwas schlechter bin, meine übliche Ausreiter. Ne, ähm, ne, ähm, das ist einfach deswegen, weil, äh, weil ich momentan hier am Handgelenk, also nicht am Handgelenk, sondern am Arm, sagen wir am Arm, ähm, einen kleinen Verband habe, weil ich heute das erste Mal wieder beim Training war. Oh, da wäre ich bei der Unterfassung. Ähm, weil ich das erste Mal wieder beim Training war, wie mit den Kleinen, und, ähm, und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich stand im Tor oder so und, und hab mich halt irgendwie verletzt. Keine Ahnung, es war halt ein bisschen dick. Und, ja, denkt eine kleine Prallung oder so, wenig. Aber es ist, es ist schön weich am Handgelenk. Nicht Handgelenk, halt ein bisschen drüber, halt ein bisschen den Arm nach oben, sagen wir so, hm. Sagen wir zehn Zentimeter hinter dem Handgelenk oder so. Ja, aber ist ja jetzt auch egal, keine Ausreden suchen. Nice. Oh, das war schlecht. Wir nehmen Gegenverkehr. Wir nehmen den Gegenverkehr. Zack. Und es hat nichts gebracht, weil ich ja ein kleiner Noob bin. Weil die natürlich ein Schild hatte, was ich jetzt gerade erst gemerkt habe. Und... Och, Mann! Die gewinnen, weil das ist die übelste Rotzmap. Das ist die übelste Rotzmap. Ich hasse diese Map auch. Wie kann man so eine Scheißmap haben? Ich spiele es lieber fünfmal die gleiche als so eine Scheißmap. Ich hasse die. Noch mehr. Ich hasse die Map sogar noch mehr als, ähm, als die eine Map mit, äh, was war denn das nochmal? Och, Mann! Als die eine Map mit diesem Kreis in der Mitte. Ja. Ja. Endlich vorbei. Meine Güte. Wir waren natürlich nicht auch, ähm, von Anfang an drin. Denn... Fraps, ähm, hat ein paar Probleme gemacht. Denn... Fraps und Overwatch verstehen sich nicht. Ähm... Man muss zuerst Fraps starten und dann Overwatch starten. Weil ansonsten schützt Overwatch ab. Äh, warte. Da. So. Gib jetzt die Rotzmap. Äh, eine Entschuldigung. Wo ist das hier eigentlich? Ach ja. Ist ja irgendwo wieder. Ah ne, da. Da. Wo ist denn das? Hier. Drei. 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 Echt! Estado. Ich lese ganz gut. Echt? Damage. Och, Mann. Ich hasse es, wenn die von der Seite kommen oder so. Mach was. Mach was cooles. Die ist in den Ferner gelaufen. Lass mich wenigstens etwas schießen, Alter. Wenigstens etwas schießen. Und der kommt schon wieder von da, Alter. Wieso immer du? Wieso immer du? Lass mich doch in Ruhe. Bleib doch. Weg mit dir. Oh, 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 oh. Nicht so viel Damage machen. Auch Heilung können. Ich hab immer noch keine Heilung gekriegt. Hallo? Was ist denn hier los? Oh, wow. Ich sterbe mich gleich, weil ich keine Heilung keinen Krieg. Hä? Ist hier keine Heilung? Keine Heilung? Ihr wollt mich verarschen, ne? Unser... unserer Anna ist auch ein bisschen doof, ne? Ja, ist sie. Und ich hab die scheiß Heilungsbooster nicht da eingesammelt. Oh mein Gott. Mann, mach was cooles. Wo läufst du? Wohin? Ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe die Leute nicht. Meine ultimative Fähigkeit kann ich mehr rein. Zip von so, liebe Beat. Ping, ping, ping. Boom. Gegenverkehr. Ja, drittens. Egal. Boom. Jetzt aber. Holt den Scheißpunkt. Alter, Vater. So, weg mit dir. Weg mit dir. Ja, wo seid ihr? Hä? Oh. Wow, von wo? Von? Von da hinten nach. Ach so? Müssten doch treffen, oder nicht? Nee, nee, nee. Nicht sterben. Leben bleiben. Oh, 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 oh. Nicht machen. Da war die Ulti. Da ist die Ulti. Ja, ja. So ist das, ne? Vorsicht gegen Verkehr, ne? Zack, Dreck 2. Zack. Kleine Noob-Ulti und alles wird geregelt. Und zack, haben wir hier unsere Ruhe. So geht das. So geht das. So geht das. Wow. Jetzt kommt Boom. Wow. Wir sind immer von hier. So immer hoffentlich. Oh, 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 oh. Oh, ne. Oh, ne. Oh, shit. Oh, shit. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Die Invasion. Die Invasion. Und so, mach was. Ich find das cooles. Schöner. Schöner. Es ist noch umkämpft. Oh, mit 6 Leuten. Oh. Wow. Nein. Es kommt keine Verlängerung und alles. Scheiße. Na ja, ich geh ein. Schnelles Match zum Anfang, ne? Dann kann man ja direkt eigentlich nur noch eins dranhängen. Das Area. Neun Eliminierungen. Nicht gut. Ah, da. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Du hast gewonnen. Du bist die Beste. Und keiner wird episch. Doch. Schade. Schade. So, Gruppenbonus. Also nice. Gut, sieben Minuten. Ziemlich kurz, ne? Nächste Runde kommt sofort. Bis sind wir wieder mit Top-Jürn. Und wir müssen direkt mal ein Geschütz aufkommen. Es war ein bisschen zu spät. Weil ich wusste nicht, wie man hier hochkommt. Oh, das hat weh. Oh, das bringt jetzt nicht so viel. Äh, eh. Oh, wir sind schon tot. Wow. Scheiße. Ja, okay. Okay. Dann lassen wir gar nicht dann fuckeln, sondern, ähm, gehen vielleicht ein bisschen tanky da rein. Und zwar mit D.Va. Ja. Den, ähm, die ist schnell wieder vor Ort. Und, ähm, kann vielleicht etwas verteidigen. So, zack. Ein bisschen fliegern. Ja, okay. Wir sind direkt tot. Oh. Okay, war vielleicht auch nicht so gut, da jetzt alleine reinzugehen. Aber wir sind direkt tot. Und wieder raus. Wieder raus. Und wir dürfen nicht darauf schießen, wenn sie ihr Schild anfällt. Und wir sind tot. Das wird, glaube ich, auch eine schnelle Runde. Was ist denn für so schlecht? Wie ist denn da los? Die Zaria macht gerade alle tot. Alter, Vater. Das ist ja nicht los. Das ist ja nicht los. Hm. Alter, Vater. Wie viel, wie viel Damage die Frau macht. Du spielst die heilende Ruhe. Oh. Ja. War eine gute Ulti. War eine schlechte. Oh, wow. Wo ist die denn? Die da oben? Ne. Doch, die ist da hinten. Das habe ich gesehen. Ach, komm schon. Stirb doch. Tum, 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 tum. Oh, die Foto. Boom. Boom. So. Da muss ich gerade ein bisschen neiser sein, weil da muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. So. Aber. Und wir sind tot. Shit. Weil da war gerade das Schild zu Ende. Das hat er ein bisschen geteilt und meine Schüsse fliegen zu langsam. Oh, wir sind tot. Shit. Ah, wir haben noch ein bisschen damit gemacht. Nice. Nice. Aber wir sind ziemlich langsam und keiner hält die Fracht auf. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich weiß auch nicht, ob zwei Roadhogs so geil sind. Ja, der heißt echt nicht. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht sind aber ja auch einfach nur Chancen. Ganz viele komische Fehler, die sein können. Und diesen Laser, wieso kann ich den Laser nicht aufhalten? Wieso nicht? Wieso ist der Laser so stark? Wieso stellst du so viele Fragen? Und wieso sterbe ich jetzt schon wieder? Ja, genau. Alter, Vater. Junge. Ich weiß, welchen Helden ich jetzt gleich spiele. Wahrscheinlich in der zweiten Runde. Also in der nächsten vielleicht. Obwohl ich den Helden noch nie gespielt habe. Aber. Ich quasi geht schon. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Alter Vater. Die zerstören uns hier. Das gibt es nicht. Meck weg. Und gewonnen. Wie lange? Drei Minuten? Und gewonnen. Alter Vater. Ja, okay. Na. Ja, gut. Das Genji. Wow. Wahrscheinlich mit Ulti, ne? Und ich war natürlich der Erste. Ja, alles klar. Alles klar. Wow. Einfach dann, wow. Okay, hier gibt es halt nur eine kurze Folge. Weil ich denke, die nächste Runde wird etwas länger dauern. Weil wir jetzt angreifen müssen. Deswegen, bis morgen. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.